Und willkommen zu einer Runde Survival Games hier auf dem GummiHD.Need Server ohne Tim, der nichts schafft hochzuladen. Ja, aber ich werde es schaffen hochzuladen. Wenn wir es gewinnen oder auch nicht. Egal, wir sind wie weit wir kommen. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht schaffen wir es nicht. Ja, gut. Ab in die Mitte. Oder auch nicht, weil da alles voll ist. So, dann nehmen wir... Oh ja, das sieht doch einigermaßen okay aus. So. Das kommen wir aber auch her, bitte. Ich will dich jetzt auch noch töten. Danke. Welch hervorragendes Gefühl. So. Oh, ja, geil. Das war aber auch echt knapp. Okay. 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 So, erstmal ein bisschen Leben regenerieren, weil wir sind jetzt echt nicht zu hart dabei, Jungs. Und Medals, obwohl, den schaffen wir auch. So. Ihr dachte wohl, der konnte es einfach wegsnacken, aber nee, nee, so ist das nicht. Wir hätten ihn zwar schon längst snacken können, wäre ich nicht in dieses Spinnnetz gelaufen, aber... Was soll's, das passiert halt nur nochmal... Deshalb werde ich ihn jetzt mal schön verfolgen. Und mal sehen, was wir so aus ihm rausprügeln können. Ich glaube, die Hose ist schon mal... Nein, ich glaube, wir haben die selber Hose. Na, komm her. Nein, der hatte Healports, die hätte ich gerne gehabt. Na, komm her, ich will deinen Kill. Ah. Ja, fast. Na, geht doch. Hat es ja auch nur Ewigkeiten gedauert, ne? So, das haben wir alles schon. Gut. Dann gehen wir mal direkt auf nichts. Oh, wir haben schon... Drei Kills, vier Kisten. Das ist doch mal ganz nett. So, dann gehen wir mal hier lang. Das ist schwer, natürlich auch nice, ne? Gucken wir mal, ob noch was hier drin ist, an Kisten oder so mäßig ist. Oh, nein, 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 nein. Das war doch geil. Der Typ hatte keine Ahnung, dass man von unten anders tippt. Ich hatte erst schon voll den Herzinfarkt, dann hab ich so gemerkt, ey, der Typ kann nix. Nicht böse gemeint, aber es war so. Hat echt keine Ahnung gehabt, der Typ, ne? So. So. Vier Kills, sechs Kills. Gehst du da runter? Danke. So. Dann gucken wir mal, was wir noch so finden. Weil wir sind ja... Hex, Hex, Hex. Alle haben Hex. Ja. Jetzt halt die Frage... Warte. Wo soll da hin zu einer sein, angeblich? Ja, damit ich das nicht hingehen will, ich werde jetzt einfach hier so lähm sein und abwarten, bis das DM beginnt. Vielleicht... Läuft sich eh nie. Aber ich kann mal mein Crab aussortieren. Weg damit, weg damit, weg, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Das auch. Okay, das Essen behalte ich. So. Hm. Was den Teebalch auch vielleicht... Kann es uns noch helfen, ein bisschen im DM zu überleben. Aber das werden wir gleich sehen. Vier Minuten. Hm. Ich weiß nicht, ist ein bisschen kurz die Folge, oder? Egal. Wir werden sehen. Vielleicht gewinnen wir was. Vielleicht gewinnen wir nichts. Ähm. Steinschwert. Ist ja immerhin schon mal... Eiernd. Das war jetzt natürlich klar. Komm. Nein. Verdammt. Da hätten wir ihn fast gehabt. Aber was soll's. Dann würde ich sagen... Vier Minuten. 50. Na, ist ein bisschen wenig. Ich nehm noch ne Folge auf. Machen wir mal ein GG. Und dann sehen wir uns gleich. Hier sind wir auch schon direkt in der nächsten Runde Survival Games. Immer noch auf dem gommad.net-Server. Ja, das ist schön. Und ist das... Ich dachte eben, das wäre ne Currywurst. Ähm. Das ist ne Melone. Hallo Melone. Ja, letzte Runde haben wir ja fast gewonnen. Diese Runde, schätze ich mal, werden wir nicht so weit kommen. Hab ich einfach so im Gefühl. Aber wir werden sehen. Oh, aber das gefällt mir. Das gefällt mir schon aber mal so, als hätten wir nix. Das ist... Das gefällt mir nämlich auch. Okay, der hat mir ein bisschen zu viel Rüstung. Beispiel beim Lederpustpanzer hier. Oh, Genie. So. Ich hab auch echt nur Lederstuff, ne? Na komm, dich hätte ich gerne. Du hast ne Hose und einen besseren Hut. Was war denn das jetzt? Oder generell ein Hut. So. Eigentlich hätten wir schon mal. Das ist doch schon mal sehr gut. Komm her. Nein. Ein Hit wär's noch mehr gewesen. Aber egal. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Survival Games. Wir sehen uns vielleicht in einem anderen Part wieder. Vielleicht mit Tim, vielleicht ohne Tim. Vielleicht wenn er wieder da ist. Vielleicht auch nicht. Und bis dahin. Tschüss. .